Ein Teil der Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Man hat Ihnen also eine Chance eingeräumt und es liegt nun an Ihnen, diese Chance zu nutzen. Ihre Aufgabe wird es nunmehr sein, sich dieses Vertrauens, was Ihnen von Seiten des Vollstreckungsleiters entgegengebracht worden ist, würdig zu erweisen. Wunder werden von Ihnen in keiner Weise erwartet, sondern Sie sollen sich nur so verhalten, wie es ja für etwa, man kann wohl sagen, 95% aller Ihres Alters eine Selbstverständlichkeit ist. Für die nächsten zwei Jahre, oder waren es noch drei? Zwei oder drei Jahre. Entweder oder, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Sie müssen auch den Beschluss irgendwie gelesen haben. Waren es zwei Jahre oder drei Jahre? Zwei oder drei Jahre.